Hallo und willkommen zurück. Es ist ein Q3. Wir sind gerade auf der Suche nach Klunker. Ich will dann vielleicht in der nächsten Folge auch mal ein bisschen Däumen machen. Nicht, dass wir... Also... Dass wir doch allzu lang brauchen, um die Spielzucht zu spielen. Oh, was ist? Gibt es die Gas? Was ist denn der Gleiter? Na? Wie war? Ja, war eigentlich auch schwierig. Das hat mir eigentlich auch Spaß gemacht. Vielleicht machen wir jetzt noch mal... Familie... Ja. Oh, was ist... Oh, was ist... Oh, was ist denn da? Das war für mich, buff. So, und da war er auch noch jungen Lager. Jetzt pass ich da bereits mehr Druck. Ich bin faul zum Gehen. Ich steh eh Geld druck zu lassen. Ja. So, das ist ja. Ja, ich hab mir gedacht, ich bin schon mal. Ich bin schon mal, ich bin schon mal. Okay. Ah, was ist? Wie sieht Gas? Jetzt soll ich das Gas geben. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. mit jetzt ist es keine Waffen Opa Oh genau, da wo es eigentlich in der Kamera You know Oh Oh, das ist Das Die Gas Das Gas gibt nicht Bier Oh nein Oh Ich hab ein Wolf Jetzt hab ich schon automatisch Ich gesagt Ja, aber Also, sie geht es halt noch 5 Minuten Also, jetzt hab ich vorgedrückt Oh, ey Erzähl bitte jetzt der Wolf Nux, 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 nux So Aus Okay, ich hab Gott Oh, machen wir weiter Mh Aber das ist irgendwie Ich muss das nicht machen Oh Also, die Störung mit dem Pferdgesicht Eigentlich haben Uuuuuh, komm schon Komm schon Das ist die Das ist die Opferin Ah, hier Hier rein, Junge Hier rein, Junge Der finde ich ja lustig Dass es mehr Naja, 8 Gebiete pro Warten gibt Naja, wisse Also, gerade im Grenzhang gibt es ja einige Oh Oh Und auch die Schraubt Ah, ich weiß schon, wo es ist Ist das eigentlich schon cool? Ist das eigentlich schon cool? Oder was? Ist das irgendwie, bin wir jetzt ein Ist das auch schon cool, oder? Ist das in der Höhle Okay Da bin ich mir für mich sicher, dass wir das schon Also, eben Manchmal ist schrecklich Werde ich mich wieder zurückgesetzt? Oder irgendwie Ne Ich bin beeindruckt Dass wir gar nicht mehr so viel gefällt haben Ne Also, es ist nur noch ein paar Aber ich glaub drei Uuuuuh Okay Es war auf jeden Fall nicht zu viel Glaub ich, oder? Ich glaub ein paar Wann fällt aber Da war Und da waren wir für mich schon drin, oder? Okay Da ist Ahm Ah, da ist ja Da ist ja Da ist ja Das Problem ist echt bei dem Spiel mit dem Fährer ist Das kann aber Das fährt vor am Spiel Und im Garten Deswegen fühlt sich nicht immer so Ah, ich hab doch gerade was markiert Oh Oh Im Spiel aber doch noch mal von dem Bild da Hehehe Äh, wer weg Let's see Manchmal zählt Oh, das ist aber doch markiert Sicher, aber das ist voll markiert Also manchmal, äh, check gezählt Ich bin echt nicht So, da kommen wir wahrscheinlich nicht aufgerechnet, oder? Direkt an der Wand, oder? Willst du ja ein bisschen zu urloh creation Es ist ja ein bisschen zu urloh, aufsweise, jetzt doch Mir Ja, es gibt doch ganz ведь Weil man es irgendwie nur eben den Weg hingibt. Ich meine, wir haben einen Baum, auf den man verglitten kann. Und dann kommen wir auf den Ast, genau. Ich dürfte nur ein bisschen weiter weg sein. Ich bin der Riehl. Ich bin der Riehl. Ich bin der Riehl. Okay, der kann das aus. Okay, das geht nicht. Aber ich muss hier werfen. Das Problem ist, man... Ah, gerade liegt er da. Jetzt ist er von hinten in der Hüft. Warte mal, jetzt. Ja, jetzt, jetzt. Äh, man muss ihn nicht ganz. So, Alter, genau. Ich weiß die ganze Zeit auch, was ist mit dem zweiten Typ? Das tun wir jetzt nicht. Na, komm. Was soll ich kommen? So. So. So, jetzt in... Ach, das war jetzt langsam. Oh, nein. Oh, nein. Verwatschen, der Idiot. So jetzt mit Feuer. Ja. Ja. Ah, jetzt hat's auch eine Funksie. Funksie da. Und die, wenn das jetzt so ist... Ja, jetzt so läuft. Und noch das... Ja, jetzt so läuft. Ja, zeig mir, oh, gut. Jetzt so hat's zu. Ja, das war's offen. Okay. Da wird's hoch. Ja, das geht's. 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 Jetzt fahrts du. Okay. So, jetzt... Jetzt darf ich noch... Ja. Boßen. Ah. Äh. Kugelkugel. Mhhh. Ah, da wäre noch ein Dunkel in der Nähe. Boah, das ist gar nicht die Menschen. Was ist? Ah. Sieg es gold. Es ist noch nicht wieder da. Wo was, wo mach nicht Chef? Wo, wo, wo immer. Ah, jetzt. Was sind die denn noch, Chef? Ah, da wird es ja woanders. Oder? es ist ok so ja, was machst du da? es ist halt jetzt was ist? da wohnt noch um ok dann mal wer denn der nächste Torianer da gibt's ah, warte da noch gibt's keine Schnellreize hm jetzt gehen wir da auch schnell hin oder? ja dann hätten wir nicht 20, 25 24 das wär schon mal nicht schlecht ich weiß nicht ob wir da auch schon wohnen so ah, das ist wir sind die entwickler es gibt eben diese 3 äh Sachen es gibt die es gibt die die Jäger eben dann die den Schläger auf dem Posten die 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 ja die ja die du das doo Genau, das war ja. 20 von 24. Ich bin jetzt schlecht, so. Warte mal, da wäre... Ah doch, warte mal, den könnte ich auch noch machen, weil der wäre ja da in der Nähe von schnell reißen. Also, der wäre ja wirklich nicht weit. Da schon 21. Eben. Da unten wäre wahrscheinlich wieder mehr Stickel. Wer darf den Wurzeln überhaupt weg? Gar nicht. Oh, ja. Aber dem ist jetzt ja irgendwo. Man dachte, ich hab den markiert. Und bin dann jetzt mit Nixen kommen. Aber damit wir jetzt auch mal zwei, zwei, drei, drei, drei. So. Ich bin schon 23. Dann zwei, vier, vier, äh. Na, jetzt hier gibt's nur. Oder? Und zwei, drei. Ein, ob ich den Bogen kann sein, dass ich den Bogen noch anziehen habe. was noch einmal zu sehen. Oh, ja, das ist ja! Dann kam zu mir. Oh, ja, das ist ja auch. Oh, ja, das ist ja... Das ist ja. Das ist ja... Du kannst du noch mal, ja. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Der ist ja... Der ist ja... Ah, was du? Jetzt bewegt sich die vier wieder. So, 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 Hafenbilds. Wenn man Hafenöhrle kriegt. Hafenbote. Und den Hafenhafen. Ah, letztens habe ich weiß, dass die Lampe jetzt wegen. Ich hab da, äh... Ah, warte mal. Hab jetzt, weiß ich da noch was nachher? Ja, bei mir... Ich wohne in einer Stadt, ne? Wir sind so ein Pindermächtel. Äh... Ja, wo genau ist er jetzt da? Letztens haben wir wieder einen Hafen sehen, der ist hier von einer Tier. Ist er drinnen. Ah, und da... Und da einen Baum, äh... Eben, äh... 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 Beim Schatten. Und der Mord hat mir... Musste mir eine Stunde gewesen sein, wenn ich mir zocken bin. Äh... War er da. Und der hat übrigens... Der ist ja immer nur tot, ne? War das die... Das die jetzt so riesig... Also der Ross... Ich hab das Werkzeug... Ich hab das Werkzeug... Ich hab das Werkzeug... Ich hab das Werkzeug... Ah, Goldrechtig. Ich geh gleich ans Werk. Norris lungert ständig hier rum und fragt nach seinem Messer. Du solltest wissen, dass ich ein paar Rotröcke belauscht habe. Sie suchen nach dir. Das kann ich mir vorstellen. Früher oder später muss ich mich ihnen stellen. Das wird nicht andersrum. so ist ich bin aber ein bisschen in der torsie wurde stehen von posten vom kreis der bis zum hafen ist der herr wie er ist der Hm, so. Muss ja fliegen. War nicht da. Ah, da. Ok. Ich würde das echt super finden, wenn wir einmal in den Öffner, also schon die Sachen sehen würden. Ja, da war der Knugger. So. So. Ah. Ok. Ok, das ist das Finale. Lust auf den Kampf? Dann komm. Letzten Gipfel, dass sie irgendwie gegen Sachen haben. Oh, irgendwie. Immer mehr sicher witz. Ja, genau. Da kommt nichts Unberechenbares von dir. Das Gute ist, dass da die Sachen da alles nicht probieren. Weißt du, man kann das wirklich öfters einmal machen. Man kann das wirklich öfters einmal benutzen. Es ist ja nur so einfach. Ja. Man sieht, ich bleibe es da einfach. Weil es einfach ist. Wenn er bis geblieben ist, war es so besser und so. Ich glaube nicht Unberechenbares von dir. Ich glaube nicht Unberechenbares von dir. So machen wir dann die nächsten Schläge. Ah. Ja. Ich hab ja gar nichts um die... Was weiß ich grad sagen. Unvorher ist die Bauers gebraucht, ne? Mölle. So. Wenn er so auch für dich machen kann, ne? Deswegen. Wir haben schon gegen den Rechtsmann immer das halt gemacht, ne? Und wenn sie immer in die Gohaut haben. Für dich. Jetzt glauben wir 22. Und 24. Und 24. Hm. Was ich gern mach da. Wir wissen, ob das es geht. Oh. Äh. Äh. Das wird einfallen. Weil so Leute, die so am... Am Stehen stehen. Oh Gott. Bei denen geht das jetzt nicht. Äh. Die, die jetzt was einhaben. Damit... Ah. Der nimmt ja schon Flucht. Okay. Okay. So. So. Jetzt sind wir da schon fertig. So. Jetzt sind wir da schon fertig. So. So, Gefreiter. Reckhut. General. So. So, von ihm findet ihr bis sie bei den Begleitern. Äh, ist, das war mal eben wie jetzt, was man meistens erst zum Spiel kriegt. Teilweise, dass die anderen dann super hoch sind und die anderen dann super niedrig waren. Also, wahrscheinlich müssen wir warten, bis alle, bis man alle hat und dann erst eben bisschen langfangen. Dann würden so alle gleichmäßig steigen. So, das war das hier, was wir vorhin wieder sagen. Äh, so weit angefangen, das ist für die nächste Folge. Es ist bald. Tschüss. 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 Tschüss.